Ein Mann macht Ferien auf dem Bauernhof. Eines Morgens sieht er zufällig, wie der Knecht auf den Hof kommt, der Bäuerin unter den Rock langt, sich dann auf den Traktor setzt und davon fährt. Am nächsten Morgen liegt der Feriengast wieder auf der Lauer und siehe da das gleiche Spielchen. So geht das jeden Morgen. Am Tag seiner Abreise beschließt der Mann, den Bauern über die Seitensprünge seiner Frau aufzuklären. Bauer, deine Frau geht dir fremd. Wie kommen sie denn da drauf? Na, der Knecht langt ihr jeden Morgen unter den Rock, bevor er mit dem Traktor auf den Acker fährt. Ach, wissen Sie, lacht der Bauer, meine Frau hat ein Holzbein und an dem hängt der Traktorschlüssel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.